Hallo, herzlich willkommen zur Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt mit einem Experiment, einem Audiokommentar und zwar zu dem Film The Last Sunset von 1961, Regie Robert Aldrich. Es läuft die Blu-ray von Koch Media in der Reihe Koch Media Western Legends. Dieser Film mal erschienen, deutscher Titel El Perdido, eine Produktion von Kirk Douglas, hier als BrynaProdSA mit Rock Hudson und Kirk Douglas in den Hauptrollen. Ja, es ist ein Experiment ein bisschen. Wir sind im sogenannten O-Western, das heißt es gibt Western-Besprechungen an Ostern und ich habe das jetzt zum Anlass genommen mal zu gucken. Der Last Sunset, den habe ich mal gesehen und den fand ich irgendwie ganz interessant wegen mancher Sachen. Ich weiß aber nicht mehr genau warum und das will ich jetzt hier so versuchen in der nächsten Stunde, 50 Minuten, wie lange der Film geht ungefähr, mal rauszufinden oder nachzuvollziehen, was mir denn so möglicherweise gefallen hat oder warum ich den doch als, in Anführungszeichen, gut abgespeichert habe. Wir reiten hier durch den Vorspann und der O-Western, dazu noch ganz kurz bevor... Nein, ich unterbreche mich gleich mal selbst hier. Wie gesagt, es ist ein Experiment, ich muss das alles erstmal einkriegen. Wir sehen gleich nochmal die erste Einstellung des Films und wieder reitet eine Person genau den gleichen Weg entlang. Wird also schon mal ganz langsam aufgebaut, dass wir hier anscheinend zwei Personen haben, die in die gleiche Richtung reiten. Vielleicht auch der eine hinter dem anderen her, was uns natürlich auch gleich erzählt werden wird. Und der O-Western, eine Aktion ins Leben gerufen, 2016 von der Szene Couch. Mittlerweile also hier 2021 im, oh Gott, 16, 17, 18, 19, 21, Jahr Nummer 6 dabei. Und es geht eben, wie gesagt, darum, ganz einfach rund um Ostern, Western zu besprechen. Dieses Jahr wird es insgesamt vier Beiträge geben. Die Szene Couch selbst wird The Wild Bunch, sie kannten kein Gesetz, den 69er-Film von Sam Peckinpah besprechen. Dazu gibt es beim Spätfilm in Kooperation mit dem Archivtonian oder Archivtönerian zwei Banditen. Der Originaltitel natürlich Butch Cassidy and the Sundance Kid, Paul Newman und Robert Redford als das große Duo. Kurz zurück zum Film. Wir sehen jetzt hier einen Hahnenkampf oder einen angedeuteten Hahnenkampf, würde ich tatsächlich ausnahmsweise sagen. Und zum ersten Mal eine Großaufnahme vom lachenden Kirk Douglas. Wir haben also zum ersten Mal eine Auseinandersetzung kurz hier angedeutet. Zwischen zwei Hähnen kann man vielleicht schon gut als Symbol sehen. Und jetzt haben wir auch statt eines Lächelns den ernsten Blick in die Ferne vom großen Rock Hudson, der uns hier sozusagen vielleicht als der zweite Hahn präsentiert wird. Noch immer laufen die Vorspanntitel und es wird immer noch entlang großer Landschaften geritten. und ganz groß thront nun hier Robert Aldrich Directed By auf. Und es wird ein bisschen ruhiger nach diesem Aufritt. Denn nun kommt Rock Hudson in das Dorf, wo der Hahnkampf stattfindet und versucht hier nun erste Informationen zu sammeln. Wir kriegen jetzt also beigebracht, dass er derjenige ist, der auf den Spur ist von Kirk Douglas. Ganz kurz noch zwei weitere Beiträge hier zum Ovest. Dann sind das Filmarchiv, ein Filmarchiv, die besprechen Nicholas Reys Film Johnny Guitar, der unter anderem auch den deutschen Titel hatte, Wenn Frauen hassen. Und das hier ist sozusagen Beitrag Nummer 4, The Last Sunset El Pellido in der Wiederaufführung. Rock Hudson, ja, ein Loch im Kinn. Ich weiß gar nicht, ob man häufiger mal in irgendwelchen Filmen von mit Kirk Douglas so sehr auf seine Physiognomie eingegangen ist, denn das ist ja wirklich ein sehr, sehr markantes Kinn, was dieser Mann hatte. Und, ja, Rock Hudson ist hier, wie wir dann sozusagen jetzt eben durch diese Dialoge erfahren, in Mexiko. Wir sind also south of the border. Und hier gibt es dann auch schon die erste Verbindung, die uns noch nicht hundertprozentig klar ist zu diesem Zeitpunkt. Im Mittelgrund sehen wir hier, oder beziehungsweise jetzt rechts am Bildrand, ein Mann, der sich dann als Mitarbeiter von Breckenridge herausstellen wird, der also sozusagen hier ein bisschen gelauscht hat. Hatzens Versuch, O'Malley, wie er ihn nennt, aufzuspüren, bleibt hier zunächst erfolglos. Die Mexikaner haben alle nichts gesehen, trotz versprochener hoher Entlohnung. Wir hingegen haben schon mal erfahren, dass, ja, man eigentlich gar nicht noch besser als Bösewicht markiert werden kann. Komplett schwarze Kleidung soll er tragen, dieser O'Malley. Und alleine reiten, wenn das nicht den Bösewicht überhaupt markiert. Da hat Henry Fonda sicherlich Ähnliches zu berichten, dann ein paar Jahre später, 1968, mit dem Spiel mit dem Lied vom Tod. Da war er auch ganz in schwarz gekleidet. Kirk Douglas hat noch eine kleine, ja, einen kleinen Akzent, ein Farbakzent, nämlich das Halstuch, den Scarf, wie es Rock Hudson nennt. Und wenn ich mich nicht verguckt habe, ist jetzt der Kollege, der eben noch Rock Hudson gelauscht hat, hier schon vor Ort auf der Breckenridge Farm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so tatsächlich einfach möglich ist. Natürlich ist der Hund sofort misstrauisch und bellt diesen ankommenden Fremden an hier. Wir wissen also, der bringt nur Ärger mit sich. Ist auch nicht hundertprozentig schwarz gekleidet, er hat sogar noch eine kleine Weste um. Ja, das ist doch Farbe. Ja, da steht er schon wieder. Da war er aber richtig fix, hat er sogar noch Kirk Douglas überholt. Die Blicke treffen sich. Kirk Douglas fixiert die Dame hier, Miss Breckenridge, gespielt von Dorothy Malone. Dorothy Malone übrigens hatten wir tatsächlich schon mehrmals hier, nein, einmal im Archiv von der Wiederaufführung. Und zwar mit The Tarnished Angels in Folge 36, ein Film von Douglas Sirk. Da war sie schon mit dabei. Das ist auch der Film, in dem Rock Hudson mitgespielt hat. Das ist also auch er schon hier bei uns im Archiv. Bei Dorothy Malone war ich dezent überrascht. Beim Blick auf die Filmografie, ihr letzter Eintrag, ihre letzte Rolle ist die der Hazel Dobkins in keinem geringeren Film als Basic Instinct von Paul Verhoeven. Und sie geht hier gleich ein bisschen auf Distanz, beziehungsweise lässt ihn noch nicht sehr nah heran. Ja, hier haben wir unseren Kollegen. Jetzt öffnet er auch mal den Mund und leckert Kirk Douglas ein bisschen was. Schöner Bildaufbau hier gerade ganz kurz nochmal. Die sind natürlich, wir haben es natürlich nicht mit Anfängern zu tun, was Bildinszenierung angeht, aber schön so diese Aufteilung im Raum. Und jetzt gleich, jetzt haben wir die Missy Breckenridge. Und die streckt von sich aus die Hand aus und es kommt zum ersten Körperkontakt. Während alle anderen ja noch ein bisschen auf Distanz gegangen sind, keine Berührung zugelassen haben, gab es jetzt hier den ersten Kontakt. Aber Kirk Douglas hat schon wieder nur Augen für Miss Breckenridge, gibt sich ein bisschen charmant. Und warum das so ist, wird er uns auch in ein paar wenigen Szenen dann berichten. Ja, nun ist Rock Hudson da angekommen, wo über Kirk Douglas noch die Einblendung directed by Robert Aldrich kam. Und hier haben wir dann so ein bisschen die Klischee-Darstellung. Also das Arbeiten hier, da wir in Mexiko sind, auch ein paar Mexikaner für die Breckenridges. Und ja, die Arbeit, die sie hauptsächlich machen im Laufe des Films ist, dass sie ihre Instrumente immer ordentlich gestimmt halten und singen und eben Mundharmonika spielen, Gitarre. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine normale Gitarre ist, da kenne ich mich nicht aus. Das ist ein besonderes Modell. Kirk Douglas hat Zeit davon, seine Weste abzulegen. Und, wie ich finde, hat sich jetzt farblich sehr gut angepasst. Nämlich jetzt dieses gelbe Halstuch, was gleich im Folgenden aus meiner Sicht die Farbsraumaturgie so ein bisschen aufgreift. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Dann fängt jetzt hier noch so ein bisschen an, tolle Geschichten zu erzählen. Auch eine Standardeinstellung hier so über den Schultern. des einen Dialogpartners und natürlich das Star-Gesicht. Groß, aber leichte Aufsicht. Eben und auch eben so ein bisschen auf Distanz mit Breckenridge. Kann sich allerdings nicht erwehren gegen unseren leicht grinsenden Charmeur O'Malley Kirk Douglas. Der Wings auch, dass vielleicht so ein kleines Charakteristikum seine Waffe, seine Pistole nicht direkt so an Holster an der Seite trägt, sondern in den Gurt reingesteckt hat. Und wir haben hier die erste Tanzszene. Das wird sich auch durch den Film ziehen, das Motiv des Tanzens. Hier nun zwischen Kirk Douglas O'Malley und Caroline Lay's Missy, die eine 15-Jährige, fast 16-Jährige spielt, selber als Frau sieht und im Gegensatz zu ihrer Mutter, die eben O'Malley schon kennt. Oh Gott, oh Gott, gespoilert. Und hier ist mal, Kirk Douglas zeigt, dass die Frauen hier auch mal ein bisschen zutreten können. Das ist ein Motiv des Films hier natürlich, oder ein Thema des Films, das sich Missy in O'Malley vergucken wird. Auch das hier, tolles Bild. Missy geht links im Bild, ein bisschen in den Hintergrund, von vorne nach hinten durch. Im Mittelgrund steht Miss Brackenridge und dann kommt von rechts auch noch der, in Anführungszeichen, Bedienstete, der Mitarbeiter hinein. Ins Bild war jetzt nur ein kurzer Moment und er ist schneller vorbei, als unser Phantommitarbeiter auch wieder weg war aus der Szene. Und nun kommt hier das Gelb. Vielleicht korrespondiert das auch ein bisschen mit dem Blau. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das Master hier das Allerbeste ist. Also in diesen Momenten hier jetzt gerade ist es sehr schön scharf. Sehr schönes Bild. Es kommen nachher immer mal wieder Szenen, die ein bisschen weicher, vielleicht auch ein bisschen weniger scharf wirken. Aber hier jetzt noch hauptsächlich getrennt. Jetzt sind sie zusammen wieder im Bild. Er kommt näher. Der Mann in schwarz. Die Frau mit dem weißen Auberteil. Farblich völlig voneinander entfernt. Und nun die ganze Breite des Bildes ausnutzend. Und er lässt sie einfach nicht gehen. Wird hier übergriffig. Und entblättert ihr und uns dann auch nochmal. Mensch du, wir kennen uns doch. Weißt du nicht mehr? Damals war es. Und das alles in einer Einstellung. Und das Feuer der Leidenschaft fängt an zu lodern. Also lodert. Und dementsprechend gibt es gleich auch noch ein bisschen eine echte Flamme zu sehen. In wenigen Sekunden. Hoffe ich, wenn ich mich nicht völlig täusche. Da hast du aber noch ein paar Sekunden mehr. Aber ich meine, es kommt jetzt gleich nochmal überdeutlich so als Symbol. Vielleicht bilde ich mir das natürlich auch nur ein. Aber ich glaube, das gehört dazu. Dieses tatsächliche Feuer. Weil dann auch das Feuer, so habe ich das in Erinnerung, wird noch ein paar Mal auftauchen und sich hier durch diesen Film ziehen. Guck, da ist natürlich wieder nur am Grinsen. Ist doch alles toll. Aber wir erfahren hier, dass das nicht eigentlich alles so toll ist. Da gibt es den ersten. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das auch schon der letzte Kuss zwischen diesen beiden. Sie kann sich losreißen. Ich verharrt noch einen Moment an der Tür. Und hier haben wir jetzt völlig in Gelb getaucht. Ich glaube, ich habe die Farbe für Night, oder? Gelb, ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich meine, bei Sin City war doch unser kleiner gelber Gnome da. Da war das mal kurz hier eben, was ich meinte mit dieser Farbdramaturgie. Also wir haben so die kleine Flamme, die so ein Riesenlicht wirft. Unfassbar. Das waren noch echte Kerzen damals im Wilden Westen, die so viel Licht spendeten. Und das eben so in einem Gelb tauchen. Und wie gesagt, auch Kirk Douglas, der hier dieses gelbe Halsduch trägt. Und da dann ebenso eine leichte Verbindung hergestellt wird aus meiner Sicht. Nur hier ist jetzt zum Beispiel eine Einstellung, die, finde ich, fällt qualitativ ein bisschen ab. Genau, nochmal noch hier die Lampe mit Kirk. Und abblende. Ja, Kirk Hudson ist nun schon eine ganze Zeit unterwegs. Wird uns natürlich dargestellt durch einen stoppeligen Drei-Tage-Bart. Und jetzt hat er ein rotes Halsduch. Muss sich durch den Wind kämpfen. Kirk Douglas, intradiegetische Musik. Das Thema, das Titel-Lied, meine ich, wird er immer mal wieder pfeifen. Auch ohnehin haben wir ja sehr viel Musik in diesem Film. Wie gesagt, das mexikanische Trio hatten wir jetzt hier schon einmal spielen gehört. Kirk Douglas, der immer mal wieder diese Melodie pfeift. Und sich hier vor allen Dingen oben ohne präsentieren darf. Wer kann da schon widerstehen? Definitiv nicht die junge Missy. Deren größte Aufgabe in diesem Film wahrscheinlich darin besteht hier, Kirk Douglas anzuhimmeln mit ihren Blicken. Und es ist immer noch ein Hero-Katzen, der eintrifft. Es torkelt ein anderer großer Darsteller, Joseph Cotton. Das ist Mr. Breckenridge. Er eben dauerbetrunken zu sein scheint. Joseph Cotton, da haben wir tatsächlich schon drei Filme hier bei uns bei der Wiederaufführung. Wir hatten in Folge 54 The Magnificent Amersons von Orson Welles, mit dem Cotton mehrfach zusammengearbeitet hat. Der auch unter anderem bei Citizen Kane. Haben vor allem in Folge 66 The Third Man. Denn Holly Martens war da, der Schriftsteller auf der Suche nach seinem alten Freund. Ach, wer hat die nur gespielt? Ja, Orson Welles. Und er war auch bei Tora 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 dabei. Den hatten wir in Folge 164. Da kann also der ein oder andere, wer denn mal Lust hat, vielleicht noch was finden. Joseph Cotton hier schon mit grauem Haar, grauer Mantel, da als alt gekennzeichnet, erhumpelt. Vielleicht ein bisschen überbetont, aber auch das wird natürlich noch eine Rolle spielen. Und wir erfahren nun, dass eigentlich alle irgendwo hinwollen oder hinreisen. Kirk Douglas, das hat sich ja jetzt schon so ziemlich oft gelöst, wollte wieder zu Miss Breckenridge. Beziehungsweise, das ist vielleicht eine der großen Fragen dieses Films, wollte er zu ihr oder wollte er dorthin an den Ort, beziehungsweise die Zeit, wo sie eine 16-jährige Pretty Little Girl in a Yellow Dress war. Er glaubt, dass sie es noch immer ist. Und ja, da ist sozusagen ein Trugbild hinterher, eine Erinnerung. Joseph Cottons, Mr. Breckenridge, möchte mit einem Track losziehen. Und ich kenne mich nicht so super aus mit Western. Ich habe noch nicht so viele gesehen. John Ford ist für mich noch ein sehr viel unerschlossenes filmisches Land zum Beispiel. Und behaupte aber dennoch, dass es durchaus ein typisches Western-Thema ist oder eine typische Handlung, dass ein Track von A nach B geführt werden soll, geführt werden muss und Abenteuer bestanden werden wollen. Und hier ist eben Mr. Breckenridge, der seine Vieherde von Mexiko, wo sie derzeit leben, nach Texas bringen will. Und dafür sucht er eben natürlich oder braucht eigentlich noch ein bisschen Personal. Und so wie also diese beiden Männer ein Ziel haben oder nach etwas zu etwas hinwollen, ist es auch dann mit Raw Katzen oder wird es auch mit Raw Katzen sein. Er ist derjenige, der ein Strafzettel, nein, der Strafzettel ist falsch, ein, der auf der Suche nach O'Malley ist, weil dieser eben gemordet hat oder jemanden getötet hat. Er sei an dieser Stelle noch nicht verraten, wie er den da umgebracht hat und weswegen. Also Raw Katzen da recht erpicht darauf ist, O'Malley bis nach Mexiko zu folgen, wo selbst seine Zuständigkeit schon längst an der Grenze hinter sich endete. Ja, Kirk Douglas führt knallharte Verhandlungen. Ein Viertel der Herde will er gefälligst haben und Joseph Cotton zu einem Lachanfall bringend seine Frau. Dafür schüttet er gleich seinen halben gepanschten Kaffee. Und los geht der Track, auf dem noch so ein paar Leute eingesammelt werden. Gute Insinierung an dieser Stelle. Raw Katzen guckt einmal kurz an den Himmel. Da ist noch nur blaue Wolken, äh blauer Himmel und keine Wolken. Wieder eine Totale des kleinen Tracks. Aufnahme Kirk Douglas, der sich nochmal das Halstuch vom Mund wegzieht. Denn dann kann man ja besser sehen, wissen wir alle. Lugert ganz genau. Und jetzt guckt er auch nochmal auf den Himmel. Und Raw Katzen auch nochmal. Und dann wird hier hin und her geritten. Wir erahnen. Die Musik sagt uns das auch nochmal. Es wird spannend. Andererseits wissen wir als genagte Zuschauer natürlich auch, naja, wenn der Film eine Stunde 50 geht, dann wird doch jetzt noch nicht schon einer von beiden sterben oder was. Aber es wird eben sehr klar schon mal etabliert. Auch ohne, dass die beiden schon groß miteinander gesprochen hätten. Die hier jetzt erstmal gegenüberstehen. Das Lächeln ist zunächst verschwunden aus Kirk Douglas' Gesicht. Und statt Kugeln werden erstmal Worte ausgetauscht. Rock Katzen, wie gesagt, hatten wir schon bei The Tarnished Angels. Hat ohnehin mehrmals mit Douglas Sirk zusammengearbeitet. Und eher so Melodramen. Oder nach meinem Eindruck eher Melodramen. Da ist das Lachen wieder von Kirk Douglas. Und Komödien, schriftlich romantische Komödie, beispielsweise mit Doris Day gespielt. Und glaube ich, also eher nicht der Western-Darsteller. Aber vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es hier eher um Gefühle gehen wird. Oder auch um Gefühle gehen wird. Nichtsdestotrotz natürlich zwei ziemlich große Stars, die sich hier gegenüber im Sattel sitzen. Wie gesagt, Kirk Douglas hat hier auch mitproduziert, beziehungsweise seine Firma hat das produziert, diesen Film. Und das Drehbuch stammt von Dalton Trumbo, der hier auch einen ganz regulären On-Screen-Credit hat. Trumbo, der eine oder andere wird diesen Namen sowieso kennen. Manch einer kennt vielleicht den vor ein paar Jahren mittlerweile wieder erschienenen Film mit Walter White. Und ja, jetzt komme ich natürlich auf den Namen des Schauspielers. Es gab den Film Trumbo und den hat doch gespielt eben. Na, wie heißt er denn, wenn wir das jetzt wüssten? Brian Cranston nenne ich ihn mal. Der eben den schrifthauptsächlichen Schreiber gespielt hat. Dalton Trumbo war nach dem Krieg auf der Blacklist, auf der schwarzen Liste, durfte nicht offiziell Drehbücher für Hollywood schreiben. Es war nicht mal extrem verpönt, schrägstrich auch gefährlich, mit möglichen Repressalien verbunden. diese Personen, die auf der Blacklist standen, zu verpflichten oder ihnen einen Credit zu geben. Und so waren dann diverse Filme, für die Dalton Trumbo von etwa 1945 bis etwa 1960 geschrieben hat, nicht mit seinem Namen versehen in den Credits. Teilweise wurden andere Screenwriter genannt oder es gab eben einfach keine Nennung. Oder es waren noch weitere Leute beteiligt, die dann einfach den Credit erhalten haben. Und Kirk Douglas war einer derjenigen, die eben, ich weiß nicht genau, ich glaube schon Ende der 50er dann gesagt haben, als die Produktion von Spartacus begann, dass er Dalton Trumbo für das Drehbuch nehmen wird. Und ohne mich jetzt ganz in alle Tiefe da eingelesen zu haben, meine ich, dass das so mit der Wendepunkt war, wo sich das dann mindestens für Dalton Trumbo die Verhältnisse quasi besserten. Und er dann eben auch wieder seinen Namen auf der Leinwand lesen durfte, wenn er sich dann die Filme, für die er geschrieben hat, angeschaut hat. Und so beim Spartacus 1960 und dann haben wir hier eben diese Zusammenarbeit von Douglas und Trumbo wenig später. Ja, die Flamme der Leidenschaft ist jetzt ganz klein hier. Sehen wir an dieser Kerze, an diesem Docht. Und vor allem Rock Hudson, plötzlich wieder schön glatt rasiert. Da sehen wir das natürliche Charisma dieses Mannes. Es ist ja ungeheuer gut aussehend hierher. Da können sich die Damen und Herren alle freuen. Weil hier so alles im Haus ist gerade. Wortlose, blicke austauschende O'Malley und Spreckenridge. Was uns also neben dem Dialog, der hier abläuft, wieder mal so einen Kinofilm. Wenn man ihn wegguckt, dann verpasst man das einfach. Hier wird mit Bildern erzählt. Das ist in diesem Falle ausnahmsweise mal Show, Don't Tell, wobei nachher auch noch ein bisschen was getellt wird. Und nun haben wir hier schon die Dreieckssituation noch als gerade Linie dargestellt. Von vorne rechts bis nach hinten links im Bild sie positioniert. Kirk Douglas, Dorothy Malone und eben Rock Hudson. Ja, auch schöne Bildanordnung. Von Dorothy Malone und Rock Hudson, der jetzt nochmal kurz aus dem Bild rausgeht. Und so ganz langsam werden hier immer so die Grenzen abgesetzt. Und jetzt auch in dieser Einstellung plötzlich haben wir die offene Flamme vom Herd kurz gehabt. Thema Flamme der Leidenschaft. Ich meine, das ist kein Zufall, dass die nun ausgerechnet da im Bild war. Jetzt gibt es noch ein bisschen den Staring Contest. Wer kann länger blicken? Da ist sie wieder. Die kleine Herdflamme. Bei Rock Hudson immer noch nur ganz leicht dieser Docht glimmt quasi. Denn auch jetzt in dieser Einstellung, dieser Zweieraufnahme, hätte es ja sein können, dass wir die Herdflamme nochmal sehen. Aber nein, die ist jetzt weg. Deswegen behaupte ich, die verbindet eben, ist ein Symbol für die Leidenschaft und nicht einfach nur so eine kleine Kopfflamme, sondern eben auch ein Bild für Charakter Aclis, der jetzt mal richtig böse wird. Sehr schönes Arbeiten hier mit dem Überlagern. Das Knurren des Hundes mit dem Blick und dem mal kurz geöffneten Mund von Douglas, der jetzt zupackt. Unschuldigen. Und dann fast so aussieht, dass wir darüber sich selbst erschrecken. Ja, also wieder schöner, kleiner Inszenierungskniff. Vielleicht nichts super Großartiges oder sonst was, aber das sind so, finde ich, und das sind für mich solche kleinen Details, die so für mich Filme ausmachen, immer wieder mal. Übrigens, Robert Aldrich, so sagt es zumindest das Booklet zu der Kochmedia Westernlegenden-Ausgabe, war wohl nicht so zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Kirk Douglas. Henk Schraudolf hat den Text geschrieben, übertitelt mit Der Hundewürger The Last Sunset zwischen Kuhadoption und Charakterstudie und ich zitiere, Der Regisseur Robert Aldrich indessen hatte einiges zu schimpfen. Douglas wäre bei den Dreharbeiten schrecklich gewesen, habe sich zu sehr in die Regie eingemischt und den Film zu dem im Schnitt völlig zerstört. Man kann eben nicht seinen Chef für sich arbeiten lassen. Zitat Ende. Daraus ableitend wäre dann natürlich zu fragen, wie viel ist hier also tatsächlich Robert Aldrich und wie viel ist hier Produzent Douglas, der den Final Cut dann möglicherweise besorgt hat. Muss ich natürlich andererseits auch völlig offen gestehen, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, da ich nicht viel von Robert Aldrich gesehen habe und auch von Kirk Douglas, wie ich festgestellt habe, erstaunlich wenig. Ich glaube, Robert Aldrich ist ja vor allen Dingen für das dreckige Dutzend bekannt. Die IMDb listet als bekanntesten Film von ihm, Whatever Happened to Baby Jane, einer der Filme, die wir ja schon in unserem Wiederführungsarchiv haben, in Folge 124, hatten wir über diesen Aldrich-Film geredet. Er hat auch gemacht, 1955, Kiss Me Deadly, Ratten Nest, ein richtig Hardboiled Film Noir. Düsterer wird es eigentlich nicht. Ja, das dreckige Dutzend habe ich glaube ich mal irgendwann einmal im Fernsehen gesehen nachts. Habe ich aber auch nicht so gut in Erinnerung. Aber ich weiß, dass es mindestens einen Hörer gibt, der sich glaube ich freut, wenn es um Film von Robert Aldrich geht. Und Kirk Douglas gibt wieder den kleinen Erzähler hier. Klar erkennbar hier als Studio. Man sieht hinten die der Vorhänge ist natürlich kurz die Leinwände, die Aufgespannten. Wer hier also authentisches Vor-Ort-Drehen erwartet hat, wird ein bisschen enttäuscht. Ich kann diese Studio-Atmosphäre ein bisschen was abgewinnen, reißt mich auch nicht so unbedingt raus aus dem Film. Und ein zweites Mal marschierten Missy ab, diesmal ein bisschen trotziger. Und die beiden Feinde kommen sich näher. Zum ersten Mal hier also eine Waffe auf den anderen gerichtet. Das wird ihm noch mit einem lockeren Spruch quittiert. Wenn das soweit ist, dann erschieß ich dich, wenn wir beide auf unseren Füßen stehen. und dann schreien. Und dann schreien. Und dann schreien. Tja, und da gibt es dann auch mal die Infos, was eigentlich los ist. Das Ganze hat also eine persönliche Note. Der Ausritt von Rock Hudson. Es geht also nicht nur darum, dass er hier das Gesetz einhalten möchte. Hier kriegt meine Theorie eigentlich vielleicht ein bisschen Brüche. Thema gelbes Halstuch. Das trägt jetzt nämlich auch Joseph Cotton. Miss Brackenridge zieht hier den Planwagen oder hält die Zügel in der Hand. Genau, Rock Hudson's persönlicher Feldzug, abgesehen davon, dass er eben quasi mit Steckbriefen nach O'Malley sucht und ihn zur Rechenschaft bringen will, geht es natürlich auch darum, eine persönliche Beziehung oder Rache zu dem Fall, eine persönliche Beziehung und wieder intradiegetische Musik. Das Titel hat wieder angespielt. O'Malley, also der damals davon geritten ist von der nun Mrs. Brackenridge und da vielleicht eine Beziehung kaputt gemacht hat, sich selbst in dem Fall und aber auch dann wiederum eben zu ihr zurückkehrt, nachdem er ebenfalls eine Beziehung tödlich zerstört hat. Nämlich die von der Schwester von Stribbling von Rock Hudson. Rock Hudson, ein sehr fürsorglicher Mann. Das wird uns jetzt hier gezeigt. Auf der grünen Wiese haben wir hier noch schöne Naturaufnahmen, der jetzt der kleinen Missy zeigt. Möchtest du nicht auch ein Kind haben und was wäre schöner, ist ein kleines Kalb. das ist ein Kind haben, aber das ist ein Kind von Rock Hudson. von Rock Hudson. Und jetzt, es ist ja fast Zauberei, das Kalb folgt ihr. Werfen wir etwa andere Ereignisse in ihren Schatten voraus? Wird es eine Adoption geben? Wer adoptiert wen? Ja, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das glaube ich auch so ein Element, das ich nicht genau vorhersagen konnte, wie wird es denn nun ausgehen? Ist der Böse wirklich so böse oder wird er ein halbwegs Happy End erleben können? Es ist ja auch schon relativ klar deutlich gemacht. Ach, bitte, ich würde jetzt nochmal hier versuchen, die Männer irgendwelche Besitzansprüche anzumelden. Ja, dass ich beim ersten Mal nicht wusste, wie das hier ausgehen wird, wer wem und nicht mit wem und ohne wen, sehen, wie sich das hier so entwickeln würde. Ah, Joseph Cotton. Weiß größer die Welt. Weg damit. Der Film, aus meiner Sicht überwiegend, würde ich das mal so als routiniert inszeniert beschreiben. Director of Photography war Ernest Laszlo, hat unter anderem auch Urteil von Nürnberg in Szene gesetzt, aber auch ein paar Mal mit eben Robert Aldrich zusammengearbeitet. Zum Beispiel bei Vera Cruz 1954 mit Gary Cooper und Burt Lancaster. Oder auch mit Billy Wilder Filme gedreht. Ich habe beim Überfliegen seiner Filmografie von Ernest Laszlo noch festgestellt. DOA, Dead on Arrival von 1949. Den hat er auch bebildert. Da haben wir auch ein paar kleine schöne Bilderchen dabei. Und hier, wie gesagt, finde ich überwiegend so, in Anführungszeichen, standardmäßig inszeniert. Aber ab und zu gibt es dann auch mal so, da lässt er mal einen blicken. Kann ich natürlich nicht hundertprozentig beurteilen, ob das nun an Laszlo liegt oder an Aldrich oder, oder, oder. Hier auch wieder die grundsätzliche Nähe der Figuren. Aber jetzt sind sie mal alle drei im Bild. Davor war eben Douglas alleine und Hudson Malone waren gemeinsam im Bild. Wo eben auch hier Charakterisierung erfolgen aus meiner Sicht über das Bild. Ich will das nicht zu sehr betonen. Aber ja, ich glaube, dass da eben doch ein bisschen drin steckt. Wieder eine relativ lange Einstellung jetzt gerade. Hudson ging ein bisschen hin und her. Und der Hund darf auch noch ein bisschen mehr Screentime bekommen. Wie gesagt, Douglas ist wirklich fast dauergrinzen in diesem Film unterwegs. Echt faszinierend. Und wenn dann mal das Grinsen nicht da ist, dann fällt das umso mehr auf. Könnte man auch sagen, es ist schon wieder der Hund in der Nähe. Und schon wieder guckt er so grimmig. Vielleicht auch das eine Wiederholung. Und dann muss natürlich erst mal die Frau wieder sagen, so Leute, lasst mal eure Hosen geschlossen. Und konzentriert euch mal auf die Aufgabe hier. Und so einigen sie sich darauf. Na, dann reiten wir einfach doch mal ihrem Mann hinterher. Und, na sowas. Mexikaner, die Musik spielen. Also wieder ein bisschen klischeehaft. Und auch Joseph Cotton der Vergangenheit verhaftet. General Jackson, dem konfederierten General. Und auch er muss feststellen, wie sich die Zeiten geändert haben. Denn, auch er wird hier in Anführungszeichen von der Vergangenheit eingeholt. Der Gegenwart von zwei Leuten, die wohl auch unter Jackson gekämpft haben. Hier fast so kostümtechnisch die farbenfrohste Szene. Ein paar Rotakzente. Insgesamt so ein bisschen gedeckter ja die Farben. Aber Cotton saß eben auch gerade mit einer Dame in einem eher grün gehaltenen Kostüm am Tisch. Und die Stimmung kippt. Und wer Alkohol verschüttet, da wissen wir, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Stehen sie sich hier gegenüber. Das nächste Duell droht. Und sein, in Anführungszeichen, Herausforderer. Bin ich der Meinung nach, hat hier sogar noch so die... Das ist noch die Jacke von der Armee. Wenn mich nicht alles täuscht. Und natürlich wird hier auch nochmal fleißig übersetzt. Ein interessanter Teil übrigens des Films, dass man durchaus einige spanischsprachige... Lateinamerikanische ist Spanisch, meine ich. Hier taucht auch mal ganz kurz dieser Rauch auf. Das wäre auch ein bisschen überraschend. Thema das Feuer hatte ich ja schon die Flamme der Leidenschaft angesprochen. Und hier ist es jetzt mal der Staub, der woher auch immer kam. Ich sehe zumindest gerade... Doch, da ist jemand anscheinend, der ein bisschen mehr raucht. Aber der Qualm, der hier sozusagen auch die Hitze verdeutlicht. Die sich zuspitzende Situation. Und kommen hier vielleicht unsere Anti-Helden, um die Szene zu retten. Denn es geht darum, Joseph Cotton soll hier im buchstäblichen Sinne mal die Hosen runterlassen. Und wir merken schnell, er möchte weder das eine noch das andere tun. Weder sich mit der Pistole duellieren noch die Hosen runterlassen. Es scheint also auch so zu sein, dass er hier nur ein Spiel spielt. Vielleicht auch einem Bild der Vergangenheit nachhängt. Was ihn dann natürlich klar in Verbindung setzen würde mit O'Malley. Dem es ja ähnlich geht, der Erinnerung an Dorothy Malones jüngerem Ich hinterherhängt. Ich mag diese Kameraeinstellungen vom Profil von Hudson und Douglas. Und Hudson eben so nah zu sein scheint. Sie sind kurzzeitig hier verbündet oder versuchen gemeinsam, diese Situation zu schlichten. Es gibt wieder ein bisschen Gewalt von Kirk Douglas. Erst hat er den Hund gewückt. Nun gibt es eine schallende Ohrfeige. Und sie versuchen, haben sie die Situation gelöst? Die Spannung hat sie noch nicht ganz gelöst. Ich frage mich, ob das ein bisschen ein Gefängnis sein soll. Und sie ziehen so ziemlich zeitgleich die Freundfeinde. Das Ende für Breckenridge. Und wer auch nur einen Hauch eines Zweifels hatte, ob er nicht vielleicht nur angeschossen ist und in sich zusammengesagt ist, der bekommt wieder ein verhältnismäßig schönes Bild geliefert. Und es wird nicht nochmal ausgesprochen an dieser Stelle, sondern eben ganz klar das einfach nur visualisiert. Und Miss Breckenridge nähert sich nun outfit-technisch auch mal an O'Malley an. Hat hier schwarze, wahrscheinlich natürlich eher Trauerkleidung als Bösewichtkleidung. Aber nichtsdestotrotz ist das eben auch eine leise Verbindung in diesem Moment, die da hergestellt wird. Aber niemand lässt sich hier so leicht belügen. Missy, das aufgeweckte junge Mädchen, die Teenagerin. Und wir kriegen noch posthum die Ehrung für Mr. Breckenridge, der doch ein Gentleman war. Oder vielleicht auch zu sehr Gentleman war, als dass er eine Waffe hätte ziehen können. Da hängen wir diese Landschaftsaufnahmen wieder. Die sehen auch wieder ein bisschen unschärfer aus. Ja, auch diese Einstellung noch. Ich sehe nicht, ob das noch diese Übergänge sind. Und jetzt haben wir wieder ein knackig scharfes Bild. Und was könnte man machen, wenn es Abend ist und Mexikaner anfangen, ihre Instrumente in die Hand zu nehmen? Wie wäre es mit ein bisschen Musik? Und auch hier haben wir wieder ein paar schöne Blickachsen. Die Männer gucken Miss Breckenridge konkret hinterher. Und Missy wäre froh, wenn auch sie ein bisschen von dieser Aufmerksamkeit bekommen würde. Meine Mini-Recherche hat ergeben, dass dieses Lied Kukurukuchu Paloma, ich hoffe, ich habe es annähernd richtig ausgesprochen, in den 1950ern komponiert wurde. Und es daher unmöglich ist, dass Rock Hudson, das, ja, Mensch, Kirk Douglas, das zu der Zeit, in der der Film hier vorgiblich spielt, schon gekannt haben könnte, geschweige denn unsere drei Mexikaner hier. Die Taube, die Paloma. Ja, kann ich auch nicht so richtig einordnen. Ich glaube, sonst sind Western nicht unbedingt so musikal. Also, dass man irgendwie so hier am Lagerfeuer oder so vielleicht so ein bisschen mal die Gitarre in die Hand nimmt, das mag schon sein. Wie gesagt, ich spekuliere jetzt auch ein bisschen, aber ich meine, so relativ viel gesungen wird doch sonst nicht im Western. Das ist doch eher die Ausnahme. Auch wenn wir natürlich bei dem O-Western letztes Jahr den Beitrag Any Get Your Gun hatten, bei dem es sich ja um ein Musical handelte. Also, es gibt ja schon Western und Musik, das geht zusammen. Aber hier ja eher eine andere Art und Weise. Und nun kommt es zum nächsten Tanz, Schrägstrich Kampf. Wir hatten den Hahnenkampf, wir hatten O'Malley, der mit Missy tanzt. Und nun bettet man sich eigentlich schon in den Sattel zum Schlafen. Aber so leicht wird das nicht. Hier auch schön ausgeleuchtet. Kirk Douglas sieht man so schön, dass sein Oberkörper das Gesicht sind am Scheinwerfer eingefangen. Aber der Rest verschwindet im Dunkel. Und Kirk Douglas packt nochmal richtig doll aus. Wie promiskuitiv, heißt das promiskuitiv? Ich glaube fast. Also wie sehr und wie viele Männer wohl Striplings Schwester hatte. Und das ist natürlich eine Ehrverletzung. Deswegen muss man sich prügeln. Denn dadurch wird das natürlich alles ganz anders. Es wird ein bisschen komödiantisch aufgelockert, das Ganze. Wodurch es auch so ein bisschen spielerischen Charakter erhält. Und wenn sich hier nun die ersten Wetteinsätze ausgetauscht werden zwischen den Mexikanern. Ja, ich hatte gesagt Tanz. Auch das hier sozusagen wieder eine Szene, ein Kampf, ja. Aber es könnte eben auch ein bisschen wie ein Tanz sein. Hier nun auch wieder das Feuer spielt eine Rolle. Und zwar haben wir nun auch eine tatsächliches In-Flammen-Setzen. Das finde ich relativ gut hinbekommen. Dies einfangen manche Stunt-Schauspieler. Ja, da möchte jemand schlafen, meine Herren. Kann man mal ein bisschen ruhiger kämpfen hier. Aber es gibt also letztlich keinen Sieger. Ich weiß nicht, wie sich unsere Wettfreunde dann einigen bei diesem Unentschieden. Also das erste körperliche Kräftemessen zwischen den beiden nicht so mehr ganz hundertprozentig Feinden. Auch wenn hier eben jetzt zum ersten Mal die Fäuste geflogen sind. Und man erfreulicherweise nun auch ein bisschen Blut sieht. Also erfreulicherweise im Sinne von, dass das hier nicht glatt gebügelt ist. So, dass man die ersten Stunden lang kämpfen sieht. Und dann klopfen sie sich einmal in den Staub ab und alles sieht wieder völlig normal aus. Nein, hier bleiben auch ein paar Spuren im Gesicht zurück. Die Beziehung der beiden Männer hinterlässt also Spuren. Kaum, dass er sich einmal geprügelt hat, könnte auch sagen, er hat von Kraft geträumt. Und so ist Dribbling, aber haben natürlich gemerkt, auch er findet Gefallen an Miss Breckenridge. Erzählt ihr was von Polarstern, vom Nordsch... Ne, doch, Polarstern. Und auch das ist ein Punkt, die Sterne oder eine Erzählung, dass jemand Frau Breckenridge abends was erzählt von Sternen, was so ein bisschen vorgeschoben ist oder eben eine Erzählung ist. Das wird später auch nochmal vorkommen im Film. Also auch da eine quasi Verbindung, dass beide Männer sich vielleicht gar nicht so unähnlich sind im Werben um die Frau. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, was hat denn für mich so nun den Reiz ausgemacht beim ersten Schauen? Ist wahrscheinlich zum einen so, dass ich dachte, oh, hier Rock Hudson, Kirk Douglas, wow, riesengroße Schauspieler. Und was ist das nun für ein Duell hier zwischen den beiden, was hier läuft? Und eben zu gucken, ja, wie... Also für mich so als männlicher Zuschauer vielleicht eher dann dieser Reiz, na, die Witwe, wie wird sie sich entscheiden? Wird sie sich für einen der beiden entscheiden? Wird es für keinen der beiden eine Liaison mit ihr geben? Dass sozusagen auf der Beziehungsebene eine gewisse Spannung entsteht, dann natürlich die ständige Frage, okay, wenn sie ankommen auf der Reise nach Texas, gibt es dann das Duell? Hier Jack Elam, zumindest diese Nase, vor allem auch diese Augen, sind ja quasi unvergesslich. Mein erster Kontakt natürlich, damals spielen wir das Lied vom Tod. Dieses Gesicht vergisst man nicht, glaube ich. Und seitdem auch in ein paar anderen Westen mal so eine Nebenrolle gesehen. Hier darf ich auch mal ein paar Sätze sagen. Die Damen sind für den Haushalt zuständig. Das ist ganz schön viel weiße Wäsche. Dabei können natürlich Unterwäsche sein, aber sonst wird der hier eigentlich nicht unbedingt weiß getragen. Auch hier wird so ganz ordentlich die Anordnung. Die Kamera fängt natürlich alle Leute ein, die hier sind. Keine versteckt. Kirk Douglas ist so lässig, der dringt einfach weiter. Auch hier wird so eine leichte Untersicht. Ich würde noch ein bisschen größer. Und die zwielichtigen drei Herren hier, die haben nicht mehr ganz so frische Kleidung. Deswegen wissen wir, die sind uns ja nicht so geheuer. Dazu kommen noch die ein, zwei Dialoge, die sie vorher gesagt haben. Und Miss Brackenridge ist einfach unwiderstehlich für alle Männer. Da müssen wir gleich mal fragen, ob er ein Hörproblem hat, der gute Jules Burke-Kid. Ja, nun hat er mit Missy getanzt, den Hund gewürgt, hat gerauft mit Stribbling. Und dann wird es auch gleich noch eine weitere annähernd Tanzszene geben von O'Malley. Dem das natürlich überhaupt nicht entgeht. Ja, jetzt habe ich dem Jungen auch schon Bescheid gesagt. Das kann ja nicht sein. Tja, da wollte er gerne mit der Frau anwundeln. Stattdessen gibt es das Date mit O'Malley und ein kleiner Ausritt. Und die nächste im übertragenen Sinne Tanzszene, wie ich finde. Vielleicht durchaus bezeichnend oder vielleicht auch wenig überraschend, dass Kirk Douglas, wenn er denn zu sehen ist, hier nur einzeln im Bild ist und nicht auch die andere Person erkennt. Na gut, hier ist erkennbar, aber überwiegend so eben getrennt oder eben dann aus ein bisschen Entfernung gefilmt, da es sich wahrscheinlich natürlich um Stunnschauspieler handelt. Und nun zieht auch Kirk Douglas mal in deine Waffe. Natürlich immer verbunden mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Genau, arbeite mal für dein Geld, Junge. So, hier kommt es noch. Hier haben wir so ein bisschen Panoramaaufnahme. Keine grüne Wiesen mehr. Das wird ein bisschen staubiger. Und wenn Rock Hudson mit Jungtieren was machen kann, dann kann das auch Kirk Douglas eher mit ein paar kleinen Vögelchen. Da kommt man sich näher. Schon wieder zieht er die Pistole so schnell zum zweiten Mal hintereinander. Das würde er nicht mehr so häufig machen. Wie gesagt, so eine relativ kleine Handfeuerwaffe und eben hat nicht extra ein Holster, sondern wird direkt in den Patronengurt gesteckt. Noch ein paar sehendurchsvolle Blicke. Und dann zieht die Karawane weiter. Wenn wir mal ganz kurz an Kurosawa denken, an die sieben Samurai, wenn die Banditen auf dem Hügelkamm reiten und dann so im Gegenlicht eben eingefangen werden und wie sie da hätten wirken. Hier nun also die Ureinwohner, die mit Null-Dialog ausgestattet sind, sind auch wieder komplett eben Klischee wenig differenziert. Einfach nur als aggressiv wirkend auf Angriff gebürstete Menschen ohne weitere Charakterisierung dargestellt eben, um dem ganzen Track hier noch mehr Gefahrenpotenzial zu bieten filmischer Art und Weise. Jetzt habe ich erstmals keine richtige Erklärung für das offene Feuer in Verbindung mit Leidenschaft oder ähnlichem. Ein bisschen Day for Night an dieser Stelle. Auch hier wieder schöne Kulissen. Und Kirk Douglas schwarz war schwarz im Hintergrund. Wieder eine Person, die halbwegs überrascht wird und zur Antwort erstmal eine Waffe gezogen hat. Und Kirk Douglas grinst sich weiter durch diesen Film. Das ist schon ein bisschen auffällig. Und jetzt sind wir also wieder an einem Zwischenlager und jetzt wird aber nicht der Planwagen zurechtgerückt in Richtung des Polarsterns. Jetzt gibt es einen sehr überraschenden visuellen Effekt. Und Kirk Douglas ist froh, dass ihn diese Erzählung über einen zu Boden gefallenen Stern ein Lächeln in das Gesicht der Frau gezaubert hat. Ja, wir sind ja so ein bisschen schon über Halbzeit. Und hier werden jetzt zwei Szenen aufeinander folgen, in denen mal so ein bisschen die Verhältnisse klarer gemacht werden, die Grenzen quasi gezogen. Und Breckenridge macht jetzt klar, dass O'Malley hier eigentlich eher der Vergangenheit hinterherjagt. Die vielleicht aber eben in Form der Tochter auch eine Art Gegenwart sein könnte. Natürlich mit der Problematik, dass er älter geworden ist. Und die Tochter jetzt eben in etwa in dem Alter ist, in dem die Mutter, in dem O'Malley und die Mutter damals waren. Aber schon ziemlich von ihr durchaus deutlich gemacht wird, dass mit uns beiden, nee, nee, kannst du knicken. Er jedoch hier noch nicht gänzlich aufgeben will. Vielleicht auch nicht aufgeben kann, dass er das eben so tief in sich eingebrannt hat. Wo man natürlich auch fragen könnte, wieso er denn so lange gebraucht hat, mal wieder zu kommen. Aber wenn die Frauen das so deutlich sagen, muss ich natürlich an Michael Mann denken, mein Lieblingsregisseur. Wo das auch häufig der Fall ist, dass die Drehbuchzeilen für die Frauen beinhalten, dass die den Männern mal sagen, was eigentlich Sache ist. Damit sowohl die Männer als auch die Zuschauerinnen gegebenenfalls Bescheid wissen. Was eigentlich Phas ist. Und nun hier zum... In diesem Zeitpunkt drehen sich die Größenverhältnisse quasi um. Sie schaut nun herab. Sie ist aufgestanden und Kirk Douglas muss jetzt hochblicken. Das war ja eingangs anders. Aber ganz so leicht lässt er sich nicht unterkriegen. Diesen Handkurs kennen wir doch. Der hat doch Missy schon mal bekommen. Aber die hat noch einen bekommen. Beziehungsgemenge 1 quasi geklärt. Nächster Tag. Und Zeit gleich mal noch Beziehung Nummer 2 abzustecken. In der Nähe einer Kirche. Und was könnte man so Mann und Frau bei einer Kirche... Worüber könnte man da noch reden? Bisschen überraschend. Da guckt nicht nur Miss Brackbridge ein bisschen verwirrt überrascht. Und auch ich hätte nicht damit gerechnet, dass Rock Hudson hier jetzt erstmal eröffnet, dass er sie heiraten wird. Und dass das natürlich völlig feststeht. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Der Track wird abgeliefert. Sie ist Witwe. Und da steht er natürlich gerne bereit. Für die Witwe. Um sie zu teusten. Und dir dann ein schönes Leben zu bieten. Ich meine, das war auch bei Was der Himmel erlaubt ähnlich. Also diese Rolle von Rock Hudson, der da mit einer Witwe eine Beziehung eingeht. Ja, und so haben wir mit zwei Szenen quasi kurz nach Hälfte des Films einmal quasi abgesteckt bekommen, wie sich so die Männer hier diese Sachen vorstellen. Der eine hat eine relativ klare Zurückweisung bekommen. Der andere eine... Oh, kann ich da als Frau nicht auch ein Veto einlegen und selbst mal entscheiden? Ja, hier nun wieder die Klischee öfter gestellten Ureinwohner. Und es wird natürlich nach dem Motto Erst schießen, dann fragen gehandelt. Wobei zugegebenermaßen, ohne dass das jetzt wirklich eine Entschuldigung darstellen würde oder sonst wie, aber zumindest so angedeutet wird, dass hier eben Stripling in seiner Funktion auch als Sheriff oder als Vertreter des Gesetzes hier doch eher noch diese Auseinandersetzung hätte vermeiden wollen. Andererseits würde auch eher natürlich das Soja, der Unterton durchaus froh sein, wenn hier eben kein weiterer Konflikt passieren sollte. Aber MATF. Und das ist geil. Er necess ist richtig gut, dass hier nämlich die Kini der Kini der Kini der Kiniion hat viel Kraft und was schon da Und wir haben alle Kini-Travel. Und wir haben alle Kini-Travel-Käste, Und wir haben auch wieder die Kini-Travel, dass die Kini-Travel-Käste der Kini-Travel-Käste hat gearbeitet. Und wir haben alle Kini-Travel-Käste. Ja, und der Track hat schon so lange angehalten, da sind die drei natürlich schon wieder abgehüpft von ihren Pferden. Ja, und nun wird sich umgeschaut, ob die Verhandlungen vielleicht etwas bringen, die Stripling anstrebt. Im Gegensatz eben zu O'Malley, der, wie gesagt, erst schießt und später Fragen stellt. Erstaunlich viele Gewehre hier mittlerweile, die offen getragen werden. Außer von den drei Helfershelfern, die sind völlig entspannt, doch da hat auch eine Angewehr in der Hand, unfassbar. Ein seltener Moment, die mexikanischen Kollegen ohne Musikinstrumente in den Händen und am Horizont ist da jemand lang gelaufen. Da hat sich doch was bewegt. Und noch mehr Waffen werden gezogen. So, da helfen die tatsächlich einfach mit. Hätte man einfach mit denen reden können, müsste man gar nicht erschießen. Beziehungsweise, naja. Ich dachte, ich auch nicht so ganz. Aber mit Verhandlungen konnte ich ja so ein bisschen. Der Tod des einen. Natürlich musste genau ein Fünftel abgegeben werden und natürlich ist das O'Malleys Fünftel, dass er sich ja eigentlich ausgehandelt hat mit Herrn Breckenridge. Und wir stellen also fest, von den beiden Verhandlungspunkten, die O'Malley Breckenridge gegenüber geltend machen wollte, ist der erste auf jeden Fall schon mal weg. Und der zweite ist eigentlich in der Szene da vorher auch schon geklärt worden. Irgendwie nicht so richtig. Oder scheint in sehr, sehr breiter Ferne gerückt. Ja, ein in Anführungszeichen Problem oder also wenn man sich jetzt überhaupt nicht darauf einlassen möchte, ist es natürlich sehr leicht, den Film dafür zu kritisieren, dass hier so diese Anschlüsse wenig überzeugend erscheinen. Also wir haben jetzt hier diese Gewitterwolken eingeblendet bekommen. Aber alles bis zum nächsten Einblenden eben jener Gewitterwolken zeigt uns, wir haben hier zwar einen Sandsturm, das ist schon durchaus beeindruckend, aber wir sehen, der Himmel ist normal. Also wenn wir hier Personen im Bild haben und der Himmel im Hintergrund, dann sehen wir ein paar Wölkchen und blauen Himmel, was nicht so ganz recht aus meiner Sicht zu dem angedeuteten Unwetter passen mag. Weil es mir auch schon völlig gerecht hat, einfach diesen quasi fast Sandsturm und Ansatz einer Stampede zu haben, da hätte es gar nicht unbedingt noch so diesen Vorwand eines Gewitters gebraucht. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier eben, der Sturm zieht auf und wir wissen ja alle, dass ein aufziehender Sturm immer eine Ankündigung für Kämpfe ist. Jetzt, ich glaube für mich war das als Kind so das erste Mal beim Terminator, speziell beim Ende vom ersten Teil, vom Original, wenn dann auch da ja an der mexikanischen Grenze oder vielleicht hinter der mexikanischen Grenze. Was hat der Junge gesagt? Oh, das Bild ist wunderschön und kostet 25.000 Dollar und was hat er jetzt gesagt? Ein Sturm zieht auf, ich weiß. Ja, das Stribbling steckt fest in diesem aufziehenden Sturm, er kommt nicht vor, nicht zurück und das ist jetzt harte Stoff für Pferdefreunde. Tusch Lukas hat sich hier natürlich ganz klar inspirieren lassen, I have the high ground in Episode 3. Oben L.A. versucht sich dieses Ausgeliefertsein zunutze zu machen, aber so sehr Stribbling feststeckt in diesem Treibsand, so fest krallt er sich auch an seinen Prinzipien, so sehr bleibt er ihnen treu, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass er dafür in den Tod gluckert. Aber nein, so eine ist Ome L.A. nicht, es gibt zumindest anteilig eine Rettung. Aber eben nur für den Reiter, nicht für das Pferd. Dem hier auf Kamera der Gnadenschuss gegeben wird. Ja, wir sehen also, auch wenn sie irgendwie verfeindet sind, nehmen sie das auch als eine Art Wettbewerb oder eben dieses Duellieren nach einem nicht immer komplett ausgesprochenen Regelwerk, auch wenn Kirk Douglas hier nochmal ein paar Zeilen abgibt, warum und warum nicht. Und diese Szene wird natürlich benötigt, um klarzumachen, oder um die Handlung damit weiterzubringen, dass jetzt die Banditen, die Angehörten ihre Chance wittern. Jetzt wird das Gnade durch. Also wird das Gnade durchgelegt, dass jetzt ein paar Leute hier wieder nen, die Angehörten geblühten, die Einladung haben. Also wird das Gnade durchgelegt, dass die Fremde zur Gnade durchgelegt werden. Aber unsere Helden nehmen die Verfolgung auf und auch Missy ist und gibt sich nicht einfach so geschlagen und schlägt auch um sich. Also ich finde auch hier sind jetzt nicht unbedingt die einprägsamsten Bilder, nichts desto trotz finde ich das durchaus beeindruckend mit diesem ganzen Wind- und Sandsturm nenne ich es jetzt mal. Da klingt auch Miss Breckenridge als wehrhafte Frau gezeigt, die sich also auch mit tödlicher Gewalt zur Wehr setzen weiß, zur Wehr zu setzen weiß und jetzt vor allem darum kämpfen muss, dass sie den Wagen unter Kontrolle hält. Auch hier wieder ein schöner Stunt eigentlich so mit einem Reiter und einer weiteren Person im Arm. Und hier sieht man wieder ja wo ist denn nun der große Sturm, Achtung, Pferdchen. Das ist nicht die schlechteste Sterbesszene die er da bekommen hat, so halbliegend doch nochmal ein bisschen zurücktaumelnd. Ja, lässt sich ein bisschen schade hier, dass sie einerseits ihren Widersacher eben erschießen kann, aber um den Planwagen bzw. das Gespann wieder unter Kontrolle zu kriegen, da muss natürlich der Mann helfen. Andererseits dient es natürlich dafür, dass jetzt eben jeder Mann eine Frau in Anführungszeichen retten darf, ist eben so ein tradiertes Weltbild oder Gesellschaftsbild. Und jetzt ist tatsächlich der Regen gekommen. Gut, kann man natürlich vielleicht argumentieren, dass die anderen Gewitterwolken erstmal nur so die Vorboten waren und eben der tatsächliche Sturm dann jetzt kommt oder der Niederschlag. Ja, und während Kirk Douglas eigentlich immer mit dem Feuer verbunden ist, die Leidenschaft, ähm, gibt es nun auch Leidenschaft im Regen und da ist natürlich jeglicher Anflug eines Lächelns verschwunden bei ihm. Ach, da kann er nur abdrehen. Während ihm andere ihr Glück zu finden scheinen. Ja, und mit dem. Nun sind wir kurz vor der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Ich weiß gar nicht, ob ich das zu Beginn noch entsprechend ausgeführt hatte, also dieses Dead Track als wahrscheinlich durchaus übliches Westernmotiv, aber dass es hier eben eigentlich ja festgelegte Grenzen sind. ähm, dass es also nicht darum geht, hier irgendwie noch entlang der Grenze oder über die Grenze hinaus Land zu erobern oder ähnliches, sondern dass hier ja der, die Grenzen eher zwischen den Figuren verlaufen, als eben, ähm, zwischen, ähm, der Aufbau einer Nation oder ähnlichem jetzt, sag ich mal. Wie ist beispielsweise, ja, bei Spielmeerslied vom Tod ist, dass die Verschiebung auch, ja, die Grenze Verschiebung in der Art der Fortbewegung liegt mit dem Ausbau der Eisenbahn. Auch da sind ja eigentlich die Grenzen an sich so schon gezogen, es ist dann eben, ja, die Infrastruktur, die aufgebaut wird. Ja, und O'Malley, der jetzt hier eben versucht, äh, den, Showdown, den Höhepunkt, doch nochmal herauszuzögern. Aus, ja, eigenwilligen Motiven. Also, und, ähm, dass es hier sozusagen eben nicht darum geht, Amerikas Grenzen noch zu, oder Amerika zu vergrößern, die Grenzen zu verschieben, sondern, dass hier ja sogar umgekehrt ist, ähm, diese, in Anführungszeichen, Rückkehr. Die nächste Tanzszene nun, eine relativ große Runde hier, äh, auch die anderen mexikanischen Helfer dürfen mal tanzen und nicht nur Musik spielen, aber vor allen Dingen eben tanzen. Ist nun ein gemeinsames, ein Duett, meine Güte. Das habe ich auch quitscht. Also, der Partanz zwischen Stripling und Miss Brackenridge, hier noch Michael Flatleys, äh, mittelamerikanische Verwandte in einer Großaufnahme. Auch hier, dieser Tanz, insofern vielleicht ein bisschen überraschend, dass sie sich nicht anzufassen scheinen, sondern umeinander herumtanzen und nun, äh, das totale Déjà-vu, die totale Erinnerung überfällt. Kirk Douglas. Tolles Spiel von ihm. Der Blick, das leicht ein eigenes Kopf ist. Und dann sieht er eben in die Vergangenheit und sieht, wie damals eigentlich seine Liebe, die sich hier nun fast geküsst hätten. Und hat es dann zum zweiten Mal an diesem Tage von einem Lasso eingefangen. Es gibt einen leichten, humorigen Bruch. Wo sind denn die Schuhchen? Die können wir nicht auch anziehen. Ja, es ist das Kleid der Mutter, das sie damals trug, ähm, und für, oder in meiner Interpretation der Figur, O'Malley's, äh, ist es natürlich für Kirk Douglas unmöglich, hier nur Missy zu sehen, sondern er sieht natürlich die Mutter. Er kann sich dem eigentlich nicht entziehen. Er hat natürlich die Problematik, dass er jetzt schon, dass er deutlich älter ist, während eben das Kleid und der Mensch in diesem Kleid quasi das Alter der Erinnerung haben. Auch hier wieder die Anordnung der Figuren. Douglas und Missy, äh, O'Malley und Missy gemeinsam. Miss Brackenridge eher am Rande, wenn überhaupt gemeinsam im Bild. Und nun gibt es jetzt wieder einen Tanz mit Berührung, im Gegensatz zu dem kurz zuvor erfolgten Tanz. Und hier haben wir auch das ganze Orchester jetzt am Start. Die Paare finden sich. Und alle sind verzaubert. Da trägt man einfach ein Kleid, ja. Da sind die Männer eben nach so einer langen Reise direkt verzaubert. Es wird aber auch ordentlich aufgetischt da im Hintergrund, wenn man da mal den Blick schweifen lässt. Wie viele Schweinebraten mögen das sein? Und noch immer, äh, kaum körperliche Berührung zwischen Miss Brackenridge und Stibling. 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 Und der nächste Gesang, den er anstimmt. Der gute Kirk. Bevor es vorbei ist mit der Trautensweisamkeit. Und irgendwie hat er ja recht. Irgendeiner muss doch mal was sagen, Leute. Das geht doch nicht. Daran haben wir uns ja schon gewöhnt an diesen Handkuss. Den gibt es natürlich immer. Rock Hudson geht jetzt auf sein Zimmer in der großen Suite. Dann kriegt noch ein tolles Lächeln hinterher. Ja, wie erwähnt das Ganze hier ein bisschen als Experiment gedacht. Sehr gerne auch Rückmeldung mal geben. Ähm, ich hatte durchaus Befürchtungen. Ich wusste nicht, ob ich das überhaupt durchhalte oder ob ich mir sage, naja, das ist zu schlecht schlecht, um das überhaupt zu veröffentlichen. Aber ich, ähm, glaube, es ist vielleicht noch einigermaßen erträglich. Ich habe mir auch extra einen nicht so großen Film rausgesucht. Ähm, damit ich nicht gleich komplett und grandios scheitere. Ähm, nee, aber gerne Rückmeldung geben. Ähm, wiederaufhöhung.de ist unsere Webseite. Äh, und auch sonst sind wir bei Instagram und bei Twitter erreichbar. In so ziemlich jeder großen und kleinen Podcatcher-App kann man uns finden. Ähm, ja, ich wollte bewusst nicht zu sehr irgendwie auf Produktionshintergründe oder so eingehen. Ich glaube, ich habe das ja eingangs so erwähnt, dass ich ein bisschen nachforschen wollte, warum hat mich dieser Film eigentlich so ein bisschen gekriegt? Oder warum hat nun gerade dieser Western... Es gab so eine Phase, da habe ich ein bisschen diese, äh, Western-Legenden-Reihe gesammelt. Und habe dann mit einigen nicht so viel anfangen können, mit manchen ein bisschen mehr. Und das war eben einer, mit der ich ein bisschen mehr anfangen konnte. Ähm, also ist der Fokus von dem, was ich hier so ein bisschen erzählt habe. Oder vielleicht noch erzähle, eben eher darauf liegt, als hier groß irgendwie ganz tief in Hintergründe einzusteigen ohne ähnliches. Und da halte ich mich auch nicht für, äh, belesen genug oder hätte man mich damit auch nicht so sehr mit beschäftigt vorab, dass ich da irgendwie den Anspruch daran anmelden wollen würde. Äh, äh, ja. Und es ist ja derzeit auch so, ähm, wir flogen, ähm, wir flogen, war ja lange Jahre mit Christian zusammen und, ähm, eigentlich jetzt Carly und ich. Aber die verweilt noch andernorts. Deswegen überlege ich eben so, ich hatte ja auch schon einen Solo-Podcast gemacht zu einem anderen Film zu tanzen auf dem Vulkan vor ein paar Ausgaben. Ähm, das in Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ähm, ja, deswegen mal dieser Versuch eines, äh, Audiokommentars. Und jetzt werden wir hier das nächste Gespräch sehen. Das ist beide hier. Viel mehr geht nicht. Innige Umarmung. Innige Umarmung. Und der Kuss. Innige Umarmung. Innige Umarmung. Und nun haben wir die natürliche Grenze erreicht und durchschreiten sie den Fluss. Auch hier nochmal so eine kleine nette, nette Dialogzeile gleich. Ob denn nun die Grenze überschritten ist am anderen Ufer oder in der Mitte des Flusses. Ja, und so richtig weiß er ist auch gar nicht unser Sheriff. Ja, was mich wahrscheinlich ganz grundsätzlich so beim Western ein bisschen fasziniert ist, dass eben hier viel ja auch draußen gedreht ist. Das ist natürlich, wie gesagt, hier die ganzen Studioaufnahmen gerade abends. Ähm, klar erkennbar als Studioaufnahmen. Aber eben, ja hier, die reiten wirklich durch den Fluss. Und, äh, das sind Rock Hudson und Kirk Douglas. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Stunt-Doubles. Es hat irgendwie noch so eine, ja, das klingt ein bisschen abgedrückt. Nicht-Griffigkeit, so eine, äh, ich komm nicht auf den Begriff. Körperlichkeit ist nicht das Richtige. Aber es ist, ähm, also die haben das halt echt gemacht. Oh, unglaublich. Vor allem nochmal, und ich finde jetzt hier in diesem letzten Abschnitt gibt es auch nochmal ein paar sehr schöne Kamerainstellungen. Kann man vielleicht noch überlegen, okay, ging das im Studio so in der Form vielleicht nicht ganz oder hat man da nicht so die, äh, Gegenstände, Möbel, Inventar gehabt, dass man das so, und hier so, ist ja auch mal so ein bisschen die Rahmung durch die Bauwerke. Und natürlich wissen wir jetzt, was es auch langsam Richtung, äh, endgültige Entscheidungen gehen hier in den Beziehungen in diesem Film. Vier Fünftel des ursprünglichen Tracks sind eingetroffen. Manche Menschen sind tot. Auch das hier vielleicht noch bezeichnen, vorhin der, ähm, können wir jetzt einfach mal so komplett zurückspringen, ähm, Breckenridge, der ja wirklich in den Rücken geschossen wird. Also völlig erbarmungslos, völlig rücksichtslos, sehr niederträchtig. Schlimmer geht's eigentlich nicht mehr. Und hier sehen wir auch die teilweise noch nicht fertiggestellten Häuser gerade. Ja, und Robert Aldrich, ich glaube, den ersten Film, den ich von ihm gesehen hatte, war The Grissom Gang. Ein Film, bei dem ich damals den Eindruck hatte von, von 71, glaube ich, also zehn Jahre später, ähm, so, glaube ich, frei angelehnt an Mark Barker, Mark Baker. Ähm, ein Film, bei dem ich das Gefühl hatte, den ich einmal gesehen, und, äh, es würde die, der ganze Film würde schwitzen. Also ich habe gedacht, als ich DVD danach aus dem Player genommen habe, musste ich erstmal ein Handtuch holen, um den Player abzutrocknen und die Scheibe. Ähm, der hat auch eine, hat auf mich zu dem Zeitpunkt viel Eindruck gemacht mit dieser Atmosphäre, der, der Hitze, dieses, sie da alle ständig unter Druck standen, durch das Wetter. Ja, und das hier jetzt eigentlich fast schon, für mich, der ich vielleicht 3,5 Rock Hudson-Filme gesehen habe, eine völlig typische Rock Hudson-Szene, der, das Gespräch mit der Frau und, was ist denn nun und wie, und, und, äh, greift ihr fast ähnlich wie zuvor, äh, Douglas so eben mit beiden Händen in das Gesicht. Und, äh, sie denkt nicht an ihn, sie denkt an die Tochter. Und dürfen auch die beiden sich mal küssen. Und wenn jetzt gleich Missy nochmal kommen wird, äh, Möchte ich auf jeden Fall nochmal namentlich erwähnen, Kostümgestaltung oder Kostüme Norma Koch. Jetzt hab ich das einfach wieder so gesagt. Ich hoffe, dass ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Doch Norma Koch. Einmalige Oscar-Gewinnerin, hat, äh, auch mehrfach mit Rod Aldrich zusammengearbeitet, Whatever Happened to Baby Jane, Haschhash, Sweet Charlotte, Wegenlied für eine Leiche. Ähm, und sie hat für Whatever Happened to Baby Jane den Kostümdesign-Oscar-Schwanzweiß bekommen. Kurz nach diesem Film hier und war dann für Wegenlied für eine Leiche auch nochmal nominiert. Norma Koch, ähm, also die normalen Kleidungen hier sind jetzt natürlich auch nicht verkehrt. Ich kann das sowieso behaupten, weil ich eh nicht schneidern könnte. Aber wenn jetzt gleich, wie gesagt, hier Missy nochmal auftaucht. Davor haben wir aber dieses letzte Gespräch zwischen O'Malley und seiner früheren großen Liebe. Und, äh, da gab ich natürlich auch schon oft das Ergebnis des Duells vor. Aber, ähm, das deutet der Film hier auch an, ähm, wie denn hier nur diese Beziehung zu Ende und er geht in Anführungszeichen. Dann haben wir das gelbe Haltstuch. Zum Abschluss. Ja, ich glaube, Douglas' Darstellung eben für mich auch ein Punkt, was mich an diesem Film so durchaus fasziniert hat. Dass er natürlich eigentlich als Bösewicht gezeichnet wird oder von manchen so kritisiert wird, aber eben nicht ein rein böser Mensch ist möglicherweise, sondern eben auch so mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hat, was jetzt natürlich keine Morde entschuldigt oder ähnliches. Äh, und völlig in die tiefsten, psychologischen Tiefen taucht natürlich auch dieser Film nicht ab, aber, ähm, völlig verkehrt oder völlig, nee, ich kann durchaus ein bisschen was damit anfangen, also mit dieser Darstellung, dass er kein rein böser, kein rein guter ist, sondern eben, ja, seine Grauzone. Ähm, ich blende da tatsächlich eben diese mörderische Seite ein bisschen aus, ähm, im Sinne von einer heutigen Gesellschaft, wo das zum Glück nicht die meisten Menschen machen. Und nun folgt hier das, ja, die finale Trennung ja quasi, äh, die sich, das kulminiert jetzt in einer Geste, zack. Und auch hier, die, äh, spielt eben zunächst diese, dieses Unfass, dieses Nicht-Fassen-Können, diese Wut vielleicht auch auf sie, um dann zu merken, ja, was, was hilft's, ne, und wahrscheinlich, ja, so meint sie das ernst, dann eröffnet vielleicht auch in der, in dem Zusammenhang ja nochmal für ihn, äh, der das offensichtlich nicht wusste, also der, äh, ganz klar Sex mit ihr gehabt haben muss, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagt und dass es seine Tochter ist, ähm, dass er dann nach dieser Ohrfeige, in diesem Anfall, äh, der Wut dann vielleicht doch auch feststellt, äh, ja, was er da wirklich alles eben haben, gehabt, gehabt haben könnte, was er da alles, äh, quasi nicht unbedingt weggeworfen hat, aber wovon er weggegangen ist. Genau, und damit eben, äh, wie gesagt, diese, dieses letzte Gespräch endet eben mit dieser Ohrfeige, mit also körperlicher Gewalt zwischen den beiden, und das ist der Schlusspunkt, äh, damit auch, also der, der entkündige Schlusspunkt eben überhaupt für diese, dann besteht keinerlei Hoffnung mehr. Hier jetzt wieder ganz komische Verknüpfung meinerseits, äh, ich muss hier bei diesem Bild vom Steg an Mannhunter denken, wenn da eben gegen Ende auch, äh, Crawford steht, und dann kommt, äh, sein Chef noch dazu, äh, Will Graham am Steg steht, und dann kommt Jack Crawford noch dazu. Ähm, und ich kann auch einfach behaupten, Michael Mann hat diesen Film gesehen und sich das davon inspirieren lassen, und Norma Koch hatte ich erwähnt, eben wegen dieses sehr schönen Kleides, wollte ich das nochmal ihren Namen erwähnt haben, und, äh, das mache ich jetzt nicht nur wegen des relativ großen Dekottis, sondern es ist ja auch ein sehr schönes Muster und alles, schöne Verzierung. Ja, da werden jetzt mal wieder Blicke ausgetauscht. und vielleicht habe ich das dann so für mich auch sehen wollen, dass Kirk Douglas immer noch so dezent unsicher ist, seine Figur, hat sie nun die Wahrheit gesagt, ist das wirklich meine Tochter? Und daraus natürlich auch die Frage sehr ergeben, weiß sie es, äh, wahrscheinlich weiß ich es nicht, weil wenn sie es wüsste, wäre das noch doppelt und dreifach irrsinnig. Man kann natürlich das dann wiederum umdeuten, dann ist ja klar, warum sie so sehr, äh, in ihn verguckt ist, denn man könnte ja davon ausgehen, dass ihr bisheriger Vater, der gar nicht dann ihr echter Vater ist, ihr leiblicher Vater ist, der eben so als Trunkenbold und, äh, nicht, äh, körperlich kräftiger Mann gezeichnet worden ist, dass sie sich eben nach so einem körperlich kräftigen Mann gesehnt hat, oder nach dieser Vaterfigur, die ihr eben auch diese Geschichten erzählt, wir kriegen natürlich andersrum in dem Film hier auch gar nicht erzählt, wie die, äh, Vater-Tochter-Beziehung Joseph Cotton, Carolyn Lay, war oder nicht war. Deswegen ist das schwer, oder deswegen kann ich das eben nur vermuten und, äh, kann natürlich auch ganz leicht eben sagen, ja, dadurch, dass er das nicht hier seht, ist es auch Quatsch, hier irgendeinen Vergleich anzustellen oder sich das so schönreden zu wollen, diese, äh, Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Minderjährigen. Aber ich bleib da noch dabei. Äh. Ja, auch hier kurz nochmal irgendwie so ein, äh, ja, fast nicht Ort mit diesem grünen Gras und plötzlich sind überall Bäume, nachdem uns die Grenzstadt ja eher staubig präsentiert wurde. Ähm. Also zumindest diese vegetationsfreudige Ecke in der Nähe dieser kleinen Stadt, der Grenzstadt wurde uns nicht wirklich, äh, eingeführt. Da sind wir jetzt einfach einmal hingekommen. Und auch hier folgt jetzt nochmal ein, ja, Irritationsmoment, bei dem ich jeden verstehen konnte, der sagt, äh, das ist aber jetzt nicht sehr überzeugend, wenn es jetzt darum geht, um den titelgebenden Last Sunset. Ähm. Den, also konkret gegenständlichen Sonnenuntergang, aber natürlich ist es auch in anderer Form eben ein Sonnenuntergang, das, äh, Kirk Douglas feststellen muss, dass er nicht nur, nicht nur die Vergangenheit nicht mehr haben kann, auch das Abbild dieser Vergangenheit, also die, eben in diesem Alter befindlichen Missi, äh, dass auch da keine Beziehung so oder so nicht möglich ist, und, ja, dann könnte man sagen, die Moral ist eben, er stellt sich auch seine, ähm, Verantwortung, also dem, dem Gesetz, äh, ja nochmal, das vielleicht letzte Lächeln von unserem Dauerglänse, der ja letztes Jahr 2020 mit 103 Jahren verstorben ist, hat ja wirklich alle Generationen hier sozusagen mitgemacht, Ja, hier haben wir diesen Sonnenuntergang, der quasi sofort wieder vorbei ist, also es ist ja nicht mal so, dass jetzt, äh, beim Duell ansatzweise auf Day vor Night gesetzt worden wäre, dass man, sondern, dass das einfach eine Szene ist, die jetzt hier wieder betagt spielt, also, ne, dass man jetzt noch gesagt hätte, okay, wir, 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 wir dunkeln eben hinterher die gedrehte Szene ab oder ähnliches, nö. Da geben wir uns keine Illusionen hin, Kirk Douglas macht seinen letzten Spaziergang, seine letzten Worte schon gesprochen, kommt hier aus der Natur, auch als Gegensatz vielleicht noch mal zu dem aus dieser Grenzstadt kommenden, wo gleich noch mal diese gelbe Kutsche mit den roten Rädern langgefahren ist, zweimal sehr kurz hintereinander in unterschiedliche Richtungen, ja, als würden sie hier aus unterschiedlichen Welten quasi kommen, andererseits geht auch Rock Hudson hier an unseren beiden Mexikanern vorbei, den Weg, den also auch Kirk Douglas vorhin schon gegangen ist, wird sie noch mal bekreuzigt, ja, da wird noch mal ganz groß aufgefahren, das jetzt wieder hier durchaus schöne Einstellungen und gemeinsam mit Schnitt und Musik wird hier durchaus so ein bisschen die Spannungskurve noch mal nach oben getrieben. da werden nicht mal mehr Wetten abgeschlossen und es hat eben nicht mal ansatzweise den Eindruck dieses absoluten Gut-gegen-böse-Duells, sondern Rock Hudson muss noch mal nachdenklich in Richtung Boden gucken, da haben wir diese riesige Freifläche, diese Untersicht, blicken hinauf, die beiden werden immer größer, die Ruhe vor dem kurzen Sturm ging also auch noch mal hier eben dieser Spannungsaufbau der Schnitt hier, das mache ich mit diesen Kameraeinstellungen durch die Räder hindurch laufen unter die als würden sie auf den Schienen gehen und müssten zusammenstoßen da Tja, Einschuss relativ lange geheim gehalten wer da nur am Boden liegt bis hier nun Klaas und jetzt gibt es auch mal körperliche Berührung zwischen den beiden wo einer tot ist ist man hat es schon als halbwegs geübter Schauer von Filmen warum macht er denn die guckt er denn das nach und guckt ihn jetzt an die Leiche etwas was wahrscheinlich auch ohne Dialog für einen Großteil funktioniert hätte aber wir müssen es immer gesagt bekommen und das sind die letzten Zeilen von Rock Rats in diesem Film Ja und Missi kriegt hier nochmal irgendeinen großen Guck Darstellungsmoment ich sage schon mal vielen Dank für alle die bis hier durchgehalten haben wie gesagt gerne Rückmeldung geben was nicht so gefallen hat vor allem weiß was gefallen hat hier auch nochmal ein schöner Kameramoment und das hier auch noch sehr gut komponiertes Schlussbild im Vordergrund von unten nach oben die Figuren Rückmeldung geben gerne ob das hier ein gescheitertes Experiment ist ob das so halbwegs annehmbar okay war ob weitere Audiokommentare gewünscht sind oder 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 und wir kriegen natürlich noch den bildlichen abschluss auch das leider mit dem dialog noch erzählt was es denn für blumen sind dabei wissen wir doch es müssen natürlich genau die blumen sein mit denen man das kleid nähen konnte oder wieder hergestellt hatte damals ja vielen vielen dank fürs zuhören bis zu dieser stelle ich hoffe vielleicht trotzdem ein zwei kleine aspekte hier nochmal hervorheben konnte von der last sunset el perdido